Na wie bei Dark, wenn Dark nicht spricht läuft nichts Ehm, Dark redet auch viel zu wenig Ah, Scheiße, das hab ich mir Alter, die überlebenden Hedge hat die Schwere, wenn sie ihre Schild anhaben Ja, natürlich Die sind überall Hast du gehört? Hast du gehört? Ich hab was gehört Ja, ich hab gehört! Er hat geredet! Wow! Gleich im Kalender eintragen, Alter Mit Uhrzeit, wir haben nicht, warum? Mit Uhrzeit Es ist nur Fetzer Und 50 Sekunden Auf meine Uhr Ja, kann sein, ich hab meine Uhr grad nicht, also Doch, hab ich's Handy nebenbeliegend, gar nicht Ja, 17,15, komm hier 16 Krasser Scheiß Ja, hab das gehört, Leute, ich spule es nochmal zurück Und dann könnt ihr euch nochmal Das, wer geredet hat Also er ist doch in der Aufnahme mit drin, also Also wir haben nicht gelogen Gleich hat er über den, äh, Trupps Wie geredet Boah, Mann, im Laufen Headshot gegeben Oh, den musst du es ankotzen Aber auf die Entfernung, halt, hab ich heute richtig Lack Ja, ich hab jetzt im Laufen, hab ich einen Sniper in Headshot gegeben, mit der Sniper Ja, ja, zum Glück hab ich jetzt noch das NV Visier Weil da hier überall Rauch ist, ey Was wärmesicht Ja, das ist auch geil, das ist ja nicht Ja, das hat was Auch wenn sie alles sagen, ich soll es weg machen von meiner Saw Ich finde es nicht voll geil, Alter Das hat voll den Vorteil Das ist einfach alle Gegner Ja Vor allem gegen die Vanussee ist dann besser, weil ich siehst sie immer so schlecht Echt so? Kannst du schön auf den Kopf ziehen, aber Ja Gibt es aber für die Sniper? Was? Gibt es auch für die Sniper, so wärmethermalsicht, Ding? Gibt es auch, ja Ey? Ja, glaub schon Ich bin ziemlich sicher Ich muss mal unser Lexikon fragen, wenn er mal was schwätzt Sven! Lexikon! Gibt es nur ein bisschen für Sniper? Anscheinend nicht Vielleicht hat er sich gemute, merkt's bloß nicht Glaub ich nicht Nemesis Assist Kill, ne? Ist auch nicht verkehrt So Wow, kalter Krieg Ah, natürlich, wir sind jetzt wir mittendrin Also jetzt müssen wir doch zwei Stunden aufnehmen Klar Es wird nichts gegessen, es wird nicht trainiert So Hat gewusst Ja, stimmt Er hat wieder verkehler Knopf gedrückt Naja Oh leuchten Scheiße Oh Jetzt hat er mich erwischt Ich mach mal ein bisschen mehr Action Ich geh mal weiter nach vorne Ist langweilig zu Snipern Also da kommen wir nicht rein Ja, aber zu safe, Alter, die Leute Ja, die sind zu viel Das ist K.O.TV ist das K.O.TV Ja, okay Da muss ich nur aufpassen Die haben richtig harte Boys Ne, zwar anderes gesagt, aber Ja, harte Mädels Aua Der gestorben hat Noch nicht Noch nicht, aber wir sind Ich Kurz davor bin ich Jetzt bin ich tot Das ist ja auch kein Push schaffen, Alter Ne, ich weiß nicht Ich glaub, Sven, seine Stimme fehlt uns Naja Gibt uns Mut Na ihm, aber er sagt jetzt Der Führer muss sprechen Na wie bei Dark Na wie bei Dark Wenn Dark nicht spricht, läuft nichts Na eben Dark Redet auch viel zu wenig Ah, Scheiße Das hat mich auch in der Rakete geführt Aber das ist der E-D-Styler da, ne? E-D-Styler ist ja da Na, E-D-Styler redet, ja Er ist ja auch Lieder bei den Wetz Ja, deswegen Weil er schwätzen kann Ja So, jetzt ich renne erstmal rein, ne? Erstmal ins Haus gerannt Und alle vorbei Ach man, ist meine KD Wieder für den Arsch Na KD ist gut, ich habe eine 3,3333333 Wut du? Drei Herr Ich hab ein Ich hab zehn Kills und drei Tote Oh, das ist gut Ich glaub, wir kriegen das nicht Vielleicht sollten wir lieber zu dem Rhyme Analytics gehen Wir haben bis noch zwei Na, okay Das ist doch schon eingenommen von uns Mal locken, Schicksal, der redet ja nicht gerne Ihm, Sven ist heute Ich weiß gar nicht, wie du hier Platoon Sven redet Sven, Sven redet heute nicht so viel Der ist krank Der arme Buh Achso, ich hab, ich hab Jumbo Ich muss mal die Audio bisschen höher stellen hier Ich höre Jumbo kaum Audio Voice Chat Oh, Dark hat geschrieben wollen Ihr habt Lead, wir gehen off Was ist denn los? Nee, wir nehmen grad auf Jumbo deswegen Okay Es ist ja Mountain Fester unten scheint auch in Kraft zu sein, das sind aber mehrere Leute, vielleicht muss man auch unter Ja Ja, das muss hier Ja Sven, du verleg den Punkte, wurscht nix sagen, außer verlegen Oh, Sniper Ja Obwohl hier ist, hier kommen eigentlich auch jetzt ordentlich viele Ja 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 Zum Glück haben wir wieder solche Müssige Pisser Ja Zum Glück haben wir jetzt sehr intelligente Leute mit dem Squad Mh Was ist denn hier? Ah ne Zum Glück haben wir, ob man hier für Planet Zeit runterzuladen nicht so viel IQ wie man grad gemerkt haben Oh ja Dass man hier Leider Sprachlich nicht so begabte Leute auch noch bespielen können Boah, und sich bauern Achtung, hier, 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 hier Ja, hier, 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 hier Ich will nicht so auf die Fresse bekommen So, ich bekomme jetzt auch grad auf die Fresse, weil wir einfach keine Chance haben Ne, wohin gehen wir Mountain Wir haben die Station eh hinter uns verloren, Mann, die Tower haben wir verloren So, ja Ja, verloren Ja, angecaptured, umgecaptured, nenn's wie's willst Wir sind am Arsch Jo, hier sind wir wieder hier richtig Wir sind am Arsch, wenn wir einfach alle auf uns gehen Gleich kriege ich hier ein Ding, ich hab grad mal Oh, Alter, da oben ist auch noch wieder einer Das ist unser Lieder Das ist unser Lieder Nein, sieh unser Lieder, das war ein feindlicher Snipper Da hätten das unser Lieder Singt der uns ein Lied, der Lieder Ne, ich glaub, der ist nicht so heute fit, oder? Achso, ist er krank Ja, ich geh mit Kind sind ja nicht gut Achso Ja, warum Zieht uns kein Lied, leider Oh, ich hätte ihn so gern stehen gehört Ja, so lustig die Nacht, oder? Hackevoll Hast du was ähnliches? No, Remake Mann, ich krieg echt nichts auf die Reihe Also, was machen wir denn hier? Wie wär's mit A-Push? Moment, den A-Push, den wir erobert haben? Oh, yeah Oh, yeah Ich zahl da Wurde es wieder hinten dran, ey Ich muss ja die, die Ding beschäftigen, die Warum hab ich jetzt ne Mech? Da hinten beschießt uns einer Mach ihn weg Mach ihn weg Das rausgehen, ey, du hast schon das Selbstmodus für mich Zurück, geh, zurück, geh, zurück Und du kannst, zur Not, kannst du unter die Treppe Ja Boah, ich hab 1100 Punkte bekommen, für was? Für Truppführung, jawohl, die Truppführung Führer Mach zwar nix, aber ich bin Truppführer Oh, oh Oh Also, wenn du den Stress kriegst, einfach liegt Guys, we are an enemies under a depression weight point, we wanna have a push to this precision Ja Danke Ja, einfach links dann runter Oh, die Treppe runterfallen, lass mich lass mich die Treppe fallen Oh, oh Ja Das ist sicher, das ist schneller Und sicher Äh Oh, oh, oh Was war das denn? Das weiß ich nicht Das war ein Hornet-Raketen Warte, 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 ich hol dich Das war ein Hornet-Raketen Ich schaff Ja, ich hol dich, warte Ich hol schnell den Medic Bepi Wieso hast du noch? Jojo, hast du noch? 17 Ja, ich hab eh Wie hast du noch? 10 9 8 7 6 Habe ich, habe ich Ja, jawohl Ich geh dann wieder unter die Brücke Ja, bleib da unter die Brücke, ich äh, hole den Medic, äh, entschne 1 8 6 8 8 8 9 9 9 10 10 12 14 15 15